Wenn du dir vertraust, dann wird das ein Haus, das wird niemals zu klein sein. Wenn ich mir vertraue, dann wird das ein Haus, in dem ich mich aufrichten kann. Seit fast 40 Jahren macht die Musik Christina Lux mein Gast. Und wir unterhalten uns natürlich auch immer ein bisschen, während die Musik läuft. Und gerade sagte Christina Lux, dieses Lied, wenn wir das live spielen, das kriegt mich jedes Mal. Ja, das tut es wirklich. Irgendwas habe ich mir da selbst, also das ist ja eigentlich schon immer so gewesen, dass die Songs, die wie so gute Freunde waren, weil das sind ja für mich immer, man könnte es jetzt als Liebeslied deuten, das ist es nicht. Oft sind die Sachen, wenn ich von du spreche, ist das der Teil in mir, der noch nachkommen muss. Und wenn ich zum Beispiel sage in der Bridge, ich will alles, ich will alles von dir, ich will dich ganz, dann sage ich zu meinem anderen Teil im Grunde, hör mal, das machen wir jetzt nicht mehr. Und wir gehen den ganzen Weg. Und das tut sehr, sehr gut, wenn ich das immer wieder singe, ist das im Grunde eine wiederholte Affirmation, was total schön ist. Spiritualität? Voll, ja. Also ich glaube, wir haben ja so viel verschwurbeltes Kram, das hat alles nichts mit ESO oder sonst wie zu tun, sondern mit dieser sehr, sehr tiefen inneren Anbindung, die ja, der Mensch ist nicht, oft nicht so stark, wie er hofft, dass er wäre. Und das heißt, er sucht sich sehr oft Außenidentifikationen, an denen er sich hält und vergisst manchmal die unglaubliche eigene Kraft, die er hat. Und auch, das ist was sehr, sehr Feines, Spirituelles. Weil wenn ich mir das nicht zutraue, wer dann? Gegen den verschwurbelten Kram, das fand ich sehr schön gerade. Ja, es gibt einen wunderbaren Clip zu dem Song, den Tine Kluth in London gemacht hat. Tine Kluth ist auch Regisseurin bei den Sean das Schaf Filmen, hat da mitgearbeitet. Wie kam es dazu, dass ihr diesen Clip zusammen gemacht habt? Ja, das war ein Wunder, weil ich habe einen Song gehört von Robert Karl Blank, ein toller Songwriter aus Hamburg. Und der hatte einen Song, der hieß Byplane. Der war animiert. Und das ist das Schöne an diesem und Besondere an diesem Video, dass es ein animiertes Video ist. Und ich habe gesagt, einmal in meinem Leben möchte ich, so wie ich einmal in meinem Leben eine Vinyl mindestens wollte, möchte ich ein... Gibt es? Ja, gibt es von Leisebildern. Von Leisebildern. Genau. Wollte ich ein animiertes Video haben. Und so habe ich gesagt, okay, wir sprechen kurz. Ich habe Tine angeschrieben und gesagt, ich würde das sehr gerne mit dir machen. Ich schicke dir den Song, wenn der was mit dir macht, sag mir Bescheid. Und er machte was mit ihr. Und das war sehr, sehr schön zu sehen. Und so entstanden zwei Figuren. Der eine ist ein kleiner Wanderer. Wanderer, wir haben ja auch einen kleinen Astronauten genannt. Inzwischen hat er sogar einen Namen bekommen. Der heißt Bela. Das beginnt, indem da ein kleines Häuschen etwas lustig wackelig da steht, aus dem dieser kleine Wanderer auf Reisen geht. Was so sinnbildlich ist für dein Leben, wo du auf Reisen gehst. Und dann hat er einen kleinen Beutel dabei und sammelt unterwegs immer Dinge und hat Begegnungen. Und irgendwann kommt dieser Moment, wo er so ein bisschen hängen bleibt. Und dann taucht ein Knet aus, aus Knet eine weitere Figur auf. Das ist ein Hase. Ja, so wie so ein John das Schafen, so ein kleiner Knethase. Genau. Und der bringt ihn im Grunde durch diesen ganzen Weg und am Ende bauen sie dieses Haus. Also es ist zauberhaft geworden. Und es ist für alles, was man an Kinderseele in sich hat, ein Fest. Suchen Sie bei YouTube nach Christina Lux und Haus, um diesen Clip anzuschauen. Heute ist ja der 30. Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschlands. Und Christina Lux weiß noch genau, wo sie vor 30 Jahren war. Ja, ich weiß vor allen Dingen, weil ich noch ein bisschen früher war. Und das war total spannend. 1989 gab es eine Rockpoeten-Tour von deutschen Songwritern, Rockpoeten in der DDR. Und da war Purple Schulz dabei. Da war Heinz-Rudolf Kunze, Ulla Meinig, Stopp-Rock war dabei. Und ich war damals mit Julia Neigel unterwegs im Backgroundgesang. Das war so meine ersten Touren, die ich gemacht habe. Und wir spielten Berlin-Weißensee. Meines Wissens Ende August oder September. Auf jeden Fall in einer ganz brodelnden Zeit. Und ich habe das sehr, sehr intensiv noch im Blick, weil ich dann einen Tag später, ich durfte noch einen Tag bleiben, zu Purple Schulz noch auf ein Konzert gegangen bin. Und er hat wirklich Sehnsucht gesungen. Und in dem Moment dort... Das war so eine Ost-Hymne natürlich für alle, die raus wollten. Ja, und immer diese Diskussion, darf man das überhaupt spielen? Darf man den Leuten das, ich will raus? Und dann sitzt du da, ich saß, ich glaube es heißt Tränenpalast. Da saß ich dann inmitten natürlich vieler ostdeutscher Menschen, die da im Brodeln dieser Revolution waren. Das war sehr intensiv. Du hast viel im Osten gespielt schon. Und bedeutete für dich denn die Wiedervereinigung auch, dass viele Menschen deine Musik hören konnten, die sie vorher nicht hören konnten? Ja, also ich fand, ich finde immer wieder diese Konzerte sind bis heute und das zeigt eigentlich, dass es genau so ist, wie es ist. Es ist nicht alles ganz normal zusammengewachsen. Es ist leider nicht. Und man merkt einen gewissen anderen, ich nenne es mal Groove oder eine andere Art und Weise auch im Sprechen und im Miteinandersein. Es gibt immer noch leider so kleine Gräben, die man manchmal auch wahrnimmt. Und es gab einige Gespräche, die ich hatte gerade in der Zeit, als viele Menschen das Gefühl hatten, sie wurden wieder stigmatisiert. Ihr habt hier die ganzen Rechtsextremen und so weiter. Habe ich einige sehr, sehr intensive Gespräche geführt mit Menschen aus der ehemaligen DDR, die einfach auch sich sehr traurig geäußert haben über diese Stigmatisierung. Haus heißt die neue Single von Christina Lux. Im Frühjahr erscheint ein neues Album, wo der Song drauf sein wird. Christina Lux, vielen Dank für den Besuch. Sehr, sehr gerne.